Novena zu unserer lieben Frau von der wundertätigen Medaille. Erster Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebte Brot. Seligste Jungfrau Maria, Heilige Mutter Gottes, wir verehren dich als die Vermittlerin des Geheimnisses der Menschwerdung. Denn durch deine Vermittlung kam Gott auf diese Welt zu uns herab. O unsere Herrin und unsere Mutter, vermittle uns die Gnade, kann man Gebetsanliegen nennen, und beweise es so, dass es dir gefällt, wenn wir dich als die Vermittlerin aller Gnaden anrufen. Bitte für uns, allerseligste Jungfrau und Gottesmutter, auch dass wir würdig werden, der Verheißung an Christi. Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater, du hast die allerseligste Jungfrau Maria, deine himmlische Mutter, auch uns als Mutter und Mittlerin aller Gnaden gegeben. Gewehre gnädigst, dass ein jeder von uns, der sich dir um Hilfe fliehen naht, froh bekennen kann, alles durch Maria empfangen zu haben, da du lebst und herrschest mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020